Neben der Gesundheit und meiner Familie ist der Fußball einer der wichtigsten Bereiche in meinem Leben. Ich habe dem Fußball unglaublich viel zu verdanken. Ich hatte ganz, ganz viele schöne Momente in den letzten Jahren und habe sehr, sehr viele spannende Leute durch den Fußball kennenlernen dürfen. Ich bin unendlich dankbar, dass ich meine Berufung gefunden habe und Fußball ein Teil dessen ist. Unser Team ist eine sehr starke Mannschaft, die jeden Tag trainiert, um Erfolg zu haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Dabei einen Partner an der Seite zu haben, dem man blind vertrauen kann, ist ein riesen Privileg, was einem täglich Kraft schenkt und Sicherheit gibt. Heute wie vor zehn Jahren war unser Antrieb, die besten Geschichten aus dem Amateurfußball zu zeigen und den Amateuren eine Bühne zu schenken. Wir wollen den Fußball so zeigen, wie er wirklich ist. Positiv, ehrlich und leidenschaftlich. Mit dem Start von KickTV haben wir nun eine Plattform gestartet, die all das vereint. Typen, Geschichten und Emotionen. Wir zeigen den echten Fußball, denn darum geht es uns. Ich bin Axel Möhring und ich bin der Gründer von Ape KickTV.